Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Vault of Warcraft in Arati Becken Genau, Arati Becken Dann schauen wir mal, ich leuchte hier ein bisschen durch die Quest, die ich gerade mache Okay, dann noch kurz durch buffen Bisschen verwirrt So Ja, das wär's Gut Das ist heute erstmal die letzte Runde für die nächste Zeit, denn ab morgen werde ich ja in Urlaub fahren Ich hab auch früh noch Eine Runde Paulie Pledge Paulie Pledge Pledge Eine Runde Paulie Bridge Äh Reihen stellen ins Netz Die habe ich schon fertig Und Dann bin ich erst mal zwei Wochen weg Ja Ganz easy Einfach so zwei Wochen Naja, einfach so nicht Hat mir Das ja sehr schwer verdient Und Wenn ihr dann auch trotzdem Irgendwas von mir sehen wollt Könnt ihr auch unten In der Äh In der Beschreibung nachschauen Da ist mein Kanal Kanal für die Vlogs Angegeben Und Da krieg' ne Nachrichten Kann da nicht wahr sein Aber ist ja auch wieder mal bei mir, ne Dass ich nicht mal nachschauen kann Igual Schau mal gleich, wenn die Wind vorbei ist Dauert nicht Einzulang So Dann reite ich mal wieder auf meinen altbekannten Weg Nach oben Oh, den Skopion Den habe ich da auch Wie sind wir? 1,2,3,4 Oh, das könnte Vielleicht Nichts mehr Aber Vielleicht doch auch Das könnte Ja Was Gifft nehmen Soll Aber jetzt Nein, glaube ich nicht Das habe ich aber Gifft dazu Ich weiß Oh, Schaden So Da haben wir wenigstens ein bisschen aufgehalten Ich frage euch auch nicht der erste der gestorben ist Hoffe ich zumindest Hoffe ich zumindest War ich der erste oder war ich nicht der erste? Das ist hier die Frage So, Waffen aufsatteln Und das ist hier Das ist hier Das ist hier Und das ist hier Das ist hier Ich glaube ich Ich glaube ich Das ist hier Das war's für heute. 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 Ja. Das war's für heute. So ein Minster. Das sieht er nicht gut für die Horge aus. Und dann war ich jetzt auch zwei Wochen baugat. Ich brauche noch mehr raus aus dem Spiel. Obwohl, ich spiele eigentlich genauso scheiße wie immer. Genauso scheiße. So, also wir greifen hier. Ja, das war's für heute. Okay. 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 Let's go. Let's go. Okay. 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 so dann warte mal hier bis einer kommt und sterben dann so wie ich gerade schon mal so ich denke mal die gehen jetzt alle nach schmiede rein ja 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 Das war's für heute. hey hey ja schnell weiter Waffen aufsatzen und wieder rüber go 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 das passt ja auch perfekt ich hasse das aber auch kein Spaß Mama mia Aizen Das war's für heute. das war nice sag ich mal einfach so nice nice ok aber wir verlieren trotzdem wie es so aussieht ja dieser kleine Ex auch sagt der ich bin auch sagt der wie viel schneller geht nach oben na gut, mach es mal wieviel sind das denn? also ich glaube 3 stück oh, wer ist denn 3 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 nicht alle hinterher laufen sonst ist hier oben ja keiner mehr nur irgendwie ein bisschen verteidigen können auch wenn nur ich armseliges Würstchen dann hier bin er ja 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 Kommt schon, den brauchen wir nicht. Da geht einer. Ah, da will ich die Stelle einigen. Ganz alleine. Na dann. Hier sind drei Stück. Hier nur zwei. Ich finde ja eine. Hier noch eine. Hä? Keine Ahnung. Egal. 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 Ach, das blieb fast warum auch nicht. Ich bin bei Werke arm. Ach, das ist ein Feuer. Es geht schon los. Nein, das schaffen wir nicht. Ach. 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 Sup segur. Ach, ich war nicht der schlechteste. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal geil bei dir seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.